Bäm, Freunde! Da sind wir wieder hoch die Hände, Wochenende. Es ist Freitag, das heißt eine Ausgabe. Frag Let's Fight, wir springen sofort rein und wir fangen an mit Chosen Set. Der hat nämlich mal wieder ein paar Matchmaker-Fragen rausgehauen. Einige Kopfnüsse mit dabei, ich werde trotzdem mein Bestes geben. Belal gegen Diaz, jetzt natürlich die Frage, Nick oder Nate? Belal im Weltergewicht ist, ich bezeichne ihn immer als die Ente und das soll auch gar nicht respektlos klingen, weil er halt einfach sehr, er kann alles gut, nichts herausragend gut für mich, aber in allem halt zumindest, ja, Schulnote würde ich ihm schon so eine 2-, bei dem anderen vielleicht 3+, aber nichts absolut herausragend oder der Beste in dieser Gewichtsklasse, aber vielleicht einer der komplettesten Fighter in dieser Gewichtsklasse. Und er würde damit natürlich oder kann da immer genau auskontern, wenn ein Gegner irgendwo eine Schwachstelle hat. Und das ist bei den Diaz-Brüdern erfahrungsgemäß schon das defensive Ringen, dass er da einfach mit Takedowns droht und dann so eine Decision gewinnen kann. Also ich denke, egal ob Nick oder Nate, dass wir hier einen Decision-Sieg für Belal Muammar sehen würden. Jared Gordon gegen Duplessis. Bei Duplessis muss ich sagen, da ist wirklich das eingetreten, was er vorher angekündigt hat mit der Puste, dass er nach dieser Nasen-OP deutlich besser Luft holen konnte und nicht annähernd so platt aussah wie zum Beispiel Whittaker, sein Gegner. Jared für mich zeichnet sich durch seine Geduld aus, dass er durchaus auch auf den einen großen Punch warten kann. Natürlich seine Schlagkraft, dass er taktisch, dass er sehr gut coachbar ist. Die Low-Kicks gefallen mir. Also Jared ist auch ein Fighter, der schwierig auf den Boden zu bringen ist, ein sehr körperlicher Fighter, aber natürlich mit jetzt Mitte, Ende 30 irgendwann tickt natürlich auch ein bisschen die Uhr. Duplessis hat mich einfach komplett überzeugt. Das Einzige, was bei ihm für mich, wo ich noch eine Schwachstelle sehe, ist, dass man ihn durchaus auf den Boden auch bekommen kann. Also er hat jetzt keine unüberwindbare Takedown-Verteidigung und die Schlagdefensive gerade. Und dementsprechend dann vielleicht irgendwann auch die Nehmer-Qualitäten. So sah das gut aus. Er scheint sich relativ schnell immer zu erholen, wenn er doch mal irgendwie sauber getroffen oder angeklingelt wird. Aber an der Schlagdefensive, da muss er meiner Meinung nach ein bisschen arbeiten, häufig zu offen. Das kann Cannon hier natürlich ausnutzen. Duplessis kann vielleicht mit seinem Ringen hier punkten. Ich glaube mittlerweile etwas mehr an den Hype um Duplessis, dass er nicht umsonst so viele Fights in der UFC, sondern auch außerhalb gewonnen hat. Da würde ich in der Tat momentan als Rundumpaket die Tendenz leicht Richtung Fikus Duplessis setzen. Rosenstruck gegen Lewis. Ich glaube, Rosenstruck ist etwas aktiver. Deswegen würde ich ihn ja also aktiver, was Striking angeht. Lewis, der ist jetzt glaube ich wirklich, hat seinen Zenit endgültig überschritten. Und ja, ich will nicht sagen düppelt so vor sich hin, aber ich würde hier Rosenstruck vorne sehen. Jan gegen Sterling 3. Sterling einfach, weil das Selbstbewusstsein von Jan das Mojo komplett auf Null-Level wahrscheinlich ist. Und sehr zögerlich, glaube ich, würde er agieren im ersten Aufeinandertreffen. Da war er noch komplett selbstbewusst und so ist er auch aufgetreten. Hat Sterling teilweise da vor sich hergeschubst wie ein Schuljungen. Aber mittlerweile einfach, weil die Psyche auch eine große Rolle spielt, Sterling. Ortega gegen Korean Zombie. Korean Zombie glaube ich auch, dass der einfach seinen Zenit überschritten hat. Deswegen würde ich hier auf Ortega tippen erneut. Und Islam gegen Dustin und Justin muss er gleichzeitig gegen beide kämpfen. Dann würde ich die beiden vorne sehen. Wenn wir jetzt einfach nur Islam gegen Dustin oder Islam gegen Justin. Islam ist für mich Favorit, aber beide Männer liefern eine sehr, sehr gute Herausforderung für ihn. Dustin würde ich gute Chancen einräumen, je länger der Fight dauert. Justin muss es schaffen, relativ früh die Take-Down-Versuche abzuwehren mit seinen Low-Kicks Schaden machen, der sich addiert und dann kann er daraus Kapital schlagen. Beide haben schwere Fäuste. Für Islam ist der Weg zum Sieg. Beide relativ früh pressen, gegen den Käfig bringen, auf den Boden und dann dort zermürben. Da traue ich ihm zu, dass er beide Männer submitten kann. Also Favorit für mich Islam, aber es gibt durchaus einen Weg zum Ziel für die Gegner. Hill gegen Perra. Da würde ich gerne den Fight gegen Blachowitsch abwarten, wenn das Kinn von Alex Perra standhält. Und er sich jetzt dadurch, dass er nicht so dehydriert ist und besser angepasst ist, mehr Gewicht mit sich trägt, wenn er Bomben fressen kann in dieser Gewichtsklasse. Dann würde ich hier Alex Perra vorne sehen. Weil Hill nicht dafür bekannt ist, dass er jetzt auch oft auf Takedowns geht oder der Submission Artist ist. Und ein reines Striking-Duell gegen Alex Perra. Schwierig dagegen, ihn zu tippen. Er ist einfach so gut, hat so viel Power, hat die Reichweite. Aber ich bin auf seinen Kinn gespannt. Das ist für mich noch das Sternchen in dieser ganzen Sache. Weil Hill schlägt nicht nur hart, sondern kann selber auch gut einstecken. Das wäre dann ein Riesen-Pluspunkt, wenn Alex Perra das nicht kann. Aber Tony gegen Hooker, eigentlich ein richtig guter Fight. Für beide auch im jetzigen Stadium der Karriere. Hooker hat das ja abgewunken, hat gesagt, ich will nicht jetzt gegen Tony kämpfen. Das wirkt wie so ein Rentenkampf. Vielleicht fresse ich jetzt meine Worte, wenn Tony gegen Bobby Green super abliefert. Aber ich glaube, Tony ist einfach in Anführungsstrichen schlecht gealtert mittlerweile. Der Schaden hat seine Spuren hinterlassen. Ist nicht mehr der Alte, ist nicht mehr so spritzig, so beweglich wie früher. Deswegen würde ich da Dan Hooker vorne sehen nach der Leistung, die er zuletzt gegen Jalen Turner abgerufen hat. Du bist immer so gut wie dein letzter Fight. Das Formbarometer zeigt bei Hooker eher nach oben. Und bei Tony leider immer noch Tendenz eher fallend. Zaydon 41 fragt. Moin Paco. Neulich wurde ja beim Kampf Emmett gegen Tupudia eine 10 zu 7 Runde gegeben. Was ich für eine riesen Frechheit halte. Ich hatte sie 10 zu 9 gewertet, wäre aber auch mit 10 zu 8 okay gewesen. Jetzt ist meine Frage. Was findest du, muss man tun, um verdient eine 10 zu 7 oder gar 10 zu 6 Runde zu erhalten? Beziehungsweise gab es das vorher schon mal? Der Fight, wo ich das am ehesten gegeben hätte, wäre Aljo gegen TJ die erste Runde. Musst du da selber nochmal ein bisschen nachschauen. Also es gab durchaus auch in der UFC und witzigerweise ist Josh Emmett da auch beteiligt gewesen. Vor einigen Jahren, 2017 oder sowas um den Dreh, auch eine 10 zu 7 Runde für Emmett, weil er da auch vier Niederschläge in dieser Runde erreicht hat. Aber es ist extrem, extrem selten, dass es eine 10 zu 7 Runde gibt in der UFC. 10 zu 6, da habe ich glaube ich noch nie irgendwo von gehört. 10 zu 8 durchaus schon mal und ja, das ist eigentlich so mit, wenn eine Runde sehr, sehr dominant ist, dann ist es eine 10 zu 8 und auch dann streiten sich immer schon viele. 10 zu 7, nach meinem persönlichen Maßstab. Der Schaden, der steht ja an allererster Stelle. Das heißt, wenn der Schaden enorm ist und zwar so enorm, dass es mehrmals kurz vor einem Finish stand, sei es jetzt auf dem Boden mit einer Submission oder sei es jetzt im Stand, idealerweise beides. Wenn ich jetzt das perfekte Szenario kreieren soll, hat der Gegner gar nichts auf die Kette bekommen in der Runde, also kaum Treffer gelandet. Ich habe fast alle meine Treffer ins Ziel gebracht, den mehrmals angeklingelt. Der ist drei, vier Mal zu Boden gegangen, ohne dass ich dann finalisieren konnte. Ich bin dann aber hinterhergegangen, habe versucht eine Submission anzusetzen. Da konnte er sich gerade so daraus befreien. So ein Szenario mit drei, vier Knockdowns, also wenn es wirklich extrem in eine Richtung geht, da glaube ich könnte man dann auch eine 10 zu 7 Runde geben. Wobei, ich glaube einige Punkte Richter sind da auch ein bisschen zögerlich. Damit entscheidest du fast schon so einen Drei-Runden-Fight, wenn du diese 10 zu 7 Runde gibst. Außer die anderen Runden gehen nochmal komplett in die andere Richtung. 10 zu 8 Runden, ja, wenn du eine sehr, sehr dominante Leistung abgeliefert hast und dein Gegner wirklich gar keine Momente hatte, aber auch da musst du natürlich dann schon so viel Druck gemacht haben, Schaden gemacht haben, dass du kurz vor einem Finish standst. Es ist nicht einfach, in so einem Sport wie MMA jetzt ganz, ganz klare Regeln, so ein ganz enges Korsett zu schnüren für Punkte Richter, um ganz klar zu sagen, dann ist es immer eine 10 zu 8 Runde. Richtet man sich jetzt nur nach Knockdowns zum Beispiel oder nur nach Submission Versuch und da muss man auch die Frage stellen, okay, ab wann ist es ein Submission Versuch? Wenn ich jetzt einen Unterarm um den Hals habe und den anderen schon nach oben nehme, ist das der Submission Versuch? Wenn ich das jetzt zwei oder dreimal hintereinander mache und ich kann nicht finalisieren, waren das dann zwei, drei Submission Versuche, bewegen wir uns dann auf eine 10 zu 8, 10 zu 7 Runde zu. Was ist, wenn ich meinen Gegner zwar komplett kontrollieren kann, aber selber kaum Schaden mache, ich würde mir auch wünschen, dass es eindeutig ist, dass man einen Fight sich anguckt und sagt, ja ganz klar, das ist so und so, aber es wird immer noch diesen Faktor eigene Auslegung geben. Was betrachtet man subjektiv als Kontrolle? Was betrachtet man subjektiv als hat wahnsinnig viel Schaden gemacht? Im Endeffekt auch gut, weil da kann man natürlich auch immer schön diskutieren über solche Fights, aber befriedigender wäre es natürlich, wenn wir das ganz genau so festlegen können. Aber ist halt nicht wie beim Fußball. Da ist nicht ein klares Tor oder wir haben im Basketball ein klarer Korb, ist beim MMA halt schon noch was anderes, das so zu bewerten. Deswegen eine 10 zu 7 Runde, so wie ich das Szenario gerade kreiert habe. Ja, wenn einer komplett gar nichts auf die Kette bekommt, mehrmals kurz vorm Finish steht, niedergeschlagen wurde und Submission Versuch, also wenn alles einfach mit dabei ist, 10 zu 8 Runde, das einfach nur ein bisschen abgeschwächter. Aber das machen die Punkterichter selten aus gutem Grund. Also 10 zu 7 habe ich auch sehr, sehr selten gesehen in irgendeinem Fight. 10 zu 8 ist da schon durchaus gängiger. Der Semir ist mal wieder am Start. Und hallo Paco, danke, dass du immer meine Fragen beantwortest. Bleib uns lange erhalten. Ich tue mein Bestes, ich ernähre mich halbwegs gesund. Ich hoffe, ich habe noch einige Jahre vor mir. So, meine Frage, es geht um, ich kürze es mal ganz gut ab, geht um Alexander Wolkornowski. Absolut sympathisch, absolutes Vorbild und ja, ein super Fighter. Aber jetzt lese ich eigentlich doch vor. Also jagt den Rekord von Aldo und mit dem Aufstieg gegen Islam, super Fight abgeliefert. So, was ist meine Meinung zu Alexander Wolkornowski? Ich glaube, Alexander the Great, das passt immer mehr. Nicht jetzt nur vielleicht für einige als augenzwinkernder Witz aufgrund seiner etwas geringeren Körpergröße, aber der Typ ist wirklich großartig. Ich meine, Great ist ja auch nicht gleich long. Also, er ist ein großartiger Fighter und hat das auch immer und immer wieder bewiesen. Was ich an ihm auch sehr schätze, ist, dass er sich scheinbar allen Herausforderungen stellt, den unterschiedlichsten Stilrichtungen stellt. Ich habe bei ihm nicht das Gefühl, dass diese super Fight Nummer so und ich habe gerade den Titel geholt und ich will sofort einfach Geld verdienen. Bei ihm glaube ich wirklich einige Sachen, dass er das, klar, logisch, er will auch Geld verdienen, aber dass es einfach auch Legacy-mäßig für ihn wichtig ist. Deswegen will er auch den BMF-Gürtel, deswegen will er ins Leichtgewicht. Ich kann mir sogar vorstellen, bei Wolkornowski, der ist crazy, der wird wahrscheinlich sogar ins Weltergewicht gehen. Ich glaube, da hat er seine Karriere auch begonnen. Und Alex ist einfach ein Fighter, der auch ein sehr, sehr komplettes Paket ist. Der hat, was das Striking angeht, wahnsinnig schnelle Hände. Der hat Knockout-Power, der hat gute Kicks, der ist strategisch clever, der hat eine hervorragende Kondition, Ausdauer auf dem Boden ist er sehr gut, Ringen, offensiv, defensiv. Also GSP hat schon für mich sehr gut auf den Punkt gebracht. Er hat ihn mit sich selbst verglichen und gesagt, ich war auch nie in allem vielleicht der Beste, aber in allem sehr, sehr gut. Und dann konnte ich halt immer gucken, wo hat mein Gegner vielleicht eine Schwäche, wo ist er nicht gut und da kann ich dann sofort reinpacken. Ich kann quasi jeden Gegner, den ich bekomme, kontern, außer irgendwann ist er halt genau, so wie ich in allen Sachen, relativ gleich gut. Und das macht Islam halt für mich Islam. Das macht Wolkornowski für mich aus, hat man auch im Fight, gegen Islam gesehen, dass er halt egal auf welcher Ebene immer sich noch behaupten konnte gegen einen so starken Fighter wie Islam Makachev. Deswegen Wolkornowski absolut, wird seinen Weg weitergehen. Ich gehe auch davon aus, dass noch die ein oder andere Titelverteidigung dazukommt. Vielleicht sogar noch ein zweiter Titel im Leichtgewicht. Mal gucken, wie der Rückkampf für ihn läuft. Aber ich glaube, Wolkornowski ist jetzt 32, 33, sowas um den Dreh. Ich denke, wir werden noch zwei oder drei richtig gute Jahre von ihm bekommen. Bevor es dann vielleicht auch körperlich schwierig wird. Und in diesen zwei, drei Jahren, glaube ich, die möchte er füllen mit legendären Kämpfen, mit großartigen Siegen und ich traue ihm auch zu, dass er das schafft. Ja, und im Federgewicht hat er für mich eigentlich Aldo schon abgelöst. Holloway, McGregor, die anderen, die noch irgendwie damit als die besten Federgewicht-Zweiter gelten. Da hat Wolkornowski einfach eine Hammer-Legacy hingelegt. Natürlich in erster Linie auch mit den Siegen gegen seine Konkurrenten, die direkten in dieser Gewichtsklasse. Aber Wolkornowski, großartiger Kämpfer von den Skills, von den Erfolgen. Da wird noch einiges dazukommen, außerhalb das, was ich von ihm gesehen habe. Wenn er da seine Chefkoch-Videos macht oder Interviews gibt, scheint er auch ein sehr entspannter Dude zu sein. Diese Rede noch, hey, ob ihr mich mögt oder ob ihr mich nicht leiden könnt, steht immer für euch selbst ein und seid einfach Macher. Cool, auch die Jugend irgendwie motiviert. Auch dieser Spruch, als er mit Colby auf der Bühne war, wo er sogar geschafft hat, Colby zum Lachen zu bringen. Also Colby hat da so ein bisschen einen Bruch seines Charakters in der Sekunde vollzogen, dass er gesagt hat, hey, es ist nichts Schlimm daran, wenn man entweder ein Nerd oder wenn man eine Jungfrau ist. Also Wolkornowski, ja, scheint ein sehr, sehr feiner Kerl zu sein. Ich sehe ihn auch wahnsinnig gern kämpfen. Jetzt kommt Nick Fischer. Moin Paco, seitdem ich deinen Kanal vor ca. einem Jahr entdeckt habe, höre ich mir jede Folge und jedes Video an. Danke dafür. Mach weiter so ultra entspannt, hier zuzuhören. Sehr interessant, wie du verschiedene Themen immer aus mehreren Winkeln zu betrachten versuchst. Ich gebe mein Bestes. Jetzt aber Butter bei der Fische. Erste Frage. Angenommen, du hättest gestern von Dana White den Anruf bekommen, habe ich zufällig wirklich, und schon einen Vertrag in der UFC unterschrieben, mit welchem Top 15 Fighter in deiner Gewichtsklasse, kannst auch Weight cutten, aber realistisch, sprich maximal 5 bis 10 Kilo, würdest du dich am ehesten auf einen Fight einlassen, wenn Dana dir die Wahl lassen würde. Egal, wen du nimmst, dieser Fighter würde 100% geben und dich komplett ernst nehmen. Eigentlich ja egal, wen ich mir jetzt aussuche, weil ich werde nicht bestehen gegen einen Top 15 Fighter aus der UFC. Streich Top 15, ich werde nicht gegen einen UFC Fighter bestehen. Aber wir machen uns mal aus Spaß. Nehmen wir mal die Rankings. Also, ich bin über 1,80 groß und wiege aktuell so, ich glaube, 92, 93 Kilo. Das heißt, da wäre ich ganz knapp im halben Schwergewicht ohne Weight cut. Wenn wir den Weight cut dazunehmen, du sagst 5 bis 10 Kilo, dann wäre es Mittelgewicht. Wenn wir es jetzt gut mit meinen, vielleicht 77 Kilo. Also, Weltergewicht oder Mittelgewicht wären wahrscheinlich die beiden Optionen für mich, wo ich kämpfen müsste, nicht dürfte. Und, ja, wenn wir die Top 15 uns anschauen. Ich glaube, spaßeshalber sollten wir vielleicht schon die Top 10 rauslassen. Aber es macht keinen großen Unterschied. Wenn ich mir angucke, Chris Curtis bringt mich um. Andre Muniz tötet mich. Ima Wurf tötet mich. Calvin, Allen, also, ich würde wahrscheinlich gucken, wer, weil da hat jetzt auch keiner für mich die Schwachstelle, dass ich sage, boah, da kann ich ja mit meinem absoluten Amateur-Background irgendwie was reißen. Nein, hat keiner. Sonst wäre der nicht in der Top 15. Genauso wenig im Weltergewicht. Michel Pera, Gary, Maddalena, Chiesa, Magny, Luque. Nee, ich würde wahrscheinlich einen Grappler mir aussuchen, der ist relativ kurz und schmerzlos dann auf dem Boden irgendwie machen würde, statt dass ich in Stand irgendwie noch eine bekomme. Aber einige ist egal wen. Du kannst mir Schimalf geben, du kannst mir Brenton Allen geben, die werden mich beide in den Boden stampfen. Also, das wäre ein sehr ungleiches Duell. Ja, also, ich habe da jetzt gar nicht, also, egal ob auch der Fighter, du sagst, sondern der nimmt 100%. Der kann auch 50% geben. Da ist, also, nicht mal ein Lucky Punch ist da sonderlich realistisch. Ich würde trotzdem sagen, diese 0,1%ige Chance, die hat einfach jeder, der ungefähr gleich groß, gleich schwer ist. Aber zu 99,9% geht die Nummer sehr, sehr schmerzhaft mit einer Niederlage für mich aus. Da ich jetzt aber doch unbedingt einen Namen nennen will, wen würde ich nehmen? Ich würde wahrscheinlich Jack Hermanson nehmen, einfach in der Hoffnung, dass er mich auf den Boden bringt und dann einfach relativ schnell zum Tappen bringt. Und im Weltergewicht Wonderboy. Der ist, glaube ich, so nett, der hätte Mitleid und der würde, obwohl er der Striker ist, wahrscheinlich trotzdem mich auf den Boden verfrachten und einfach ganz schnell auschocken. Also, Wonderboy oder Hermanson. Einfach so zwei, glaube ich, relativ nette Typen. Du hast noch einen zweiten Teil von der Frage. Du hast wieder freie Auswahl. Du brauchst drei Coaches, die dich in deinen sechs bis acht Wochen im Camp trainieren und maximal supporten. Und die in der Fight Night auch in deiner Ecke sind. Welche drei Fighter würdest du als deine drei Coaches für den Fight gegen deinen Top 15 Gegner wählen? Ja, auch das ist quasi Perlen vor die Säule. Würde ja nicht viel bringen, egal wer es ist. Ich denke aber, ich brauche den absoluten Support beim Weightcutten. Da würde ich mir Charles Oliveira dazunehmen, so wie der mit seinen anderen Jungs immer gemeinsam im Team am Start ist. Ich würde wahrscheinlich für die Vorbereitung, weil der mir übel in den Arsch treten würde, Khabib Nurmagomedov nehmen. Weil ich glaube, bei dem gibt es kein Nein. Der würde mich laufen lassen, bis ich kotze. Und Nummer drei würde ich Michael Schender nehmen. Einfach, um ein paar Motivationsansprachen zu bekommen. Würde nicht viel nützen, aber ja, da ich drei auswählen muss, würde ich dann noch drei nehmen, wo ich wahrscheinlich gutes Vlog-Videomaterial mitbekommen würde. Aber machen wir uns nichts vor. Ich habe jetzt natürlich auch immer ein bisschen noch Spaß mit dem Schmunzeln, das gesagt. Ich hätte keine Chance gegen irgendeinen Fighter, gegen irgendeinen Profikämpfer, geschweige denn jemanden, der in der UFC ist. Und dann nochmal geschweige denn jemanden, der irgendwo in der Top 15 ist. Das würde nicht witzig aussehen. Wir haben es bei CM Punk gesehen, was passiert, wenn jemand, der vielleicht mal irgendwann in der Freizeit Kampfsport gemacht hat, aber jetzt vielleicht ein Jahr Kampfsporttraining bekommen hat, wie er gegen einen und dann noch nicht mal irgendwie Weltklassen-MMA-Kämpfer, wie der ausgesehen hat. Es ist einfach ein sehr ungleiches Duell. Next Level fragt. Hi Paco, glaubst du, wenn Islam seinen Titel noch ein paar Mal verteidigt und sich dann den Weltergewichts-Champ-Titel holt, steht er dann in der GOAT-Debatte über Khabib? Wo siehst du Wolk in der Debatte, sowohl in seiner eigenen Gewichtsklasse als auch allgemein? Eine etwas verrückte Frage noch. Glaubst du, dass Prime Conor McGregor den heutigen McGregor trotz des Gewichts-Vorteils schlagen könnte und wie stehen dabei seine Chancen? Liebe Grüße, hoffe, das Format bleibt uns noch lange halten. Solange ihr Fragen stellt, bleibt das Format. Danke dafür erstmal und liebe Grüße zurück. Also fangen wir an mit Islam. Wenn er den Weltergewichts-Gürtel holt und weiter im Leichtgewicht auch ungeschlagen bleibt ab jetzt, ich weiß, einen Niederlag hat er schon, dann glaube ich definitiv, dass viele dann irgendwann die Frage stellen werden, boah, Khabib hat sich nie in der UFC dieser Herausforderung gestellt, im Weltergewicht zu kämpfen. Islam schon hat den Gürtel geholt. Ich würde aber noch ein paar Forderungen stellen, einmal noch ein paar Jungs im Leichtgewicht zu besiegen, um der alleinige Rekordhalter der Titelverteidigung zu sein. Müsste vier, vier Titelverteidigungen im Leichtgewicht sein. Wenn er die hat und er ist aufgestiegen und hat den Titel idealerweise auch noch verteidigt, dann müsste er irgendwann wahrscheinlich auch bei 30 zu 1 oder sowas stehen oder vielleicht noch ein bisschen mehr. Dann glaube ich, würden viele ihn in der GOAT-Debatte höher hängen. Einfach, weil man auch sieht, Islam ist im Stand scheinbar noch etwas versierter als Khabib Nurmagomedov. Dann definitiv. Aber, das ist keine leichte Aufgabe, bis dahin sind noch einige schwierige Gegner aus dem Weg zu reihen. Wolkonowski ebenfalls, in seiner Gewichtsklasse sehe ich den schon ganz vorne mit dabei. Insgesamt, dafür bräuchte Wolk, glaube ich, auch den zweiten Gürtel. Wenn er den zweiten Gürtel holen kann und im Leichtgewicht vielleicht noch so abliefert wie im Federgewicht, dann wird man auch über Alexander Wolkonowski in der allgemeinen GOAT-Debatte mehr sprechen als jetzt. Wobei er jetzt irgendwo auch schon seine Daseinsberechtigung hat. Und eine etwas verrückte Frage mit Conor McGregor. Aber ich glaube, Prime Conor McGregor, trotz des Gewichtsnachteils, hätte sehr, sehr gute Chancen gegen den heutigen McGregor. Einfach, weil der Prime McGregor, der, also schaut euch diesen Lauf im Federgewicht auch einfach an. Der hatte Zuversicht, der hatte Selbstvertrauen, der hatte Hunger, der hatte diesen Willen. Da hast du das Gefühl gehabt, egal womit du den triffst, der wird keinen Millimeter zurückweichen. Der wird weiter nach vorne gehen. Das war einfach so ein anderes Biest. Ja, irgendwann kam auch der Dias-Fight, wo er so ein bisschen rund gelutscht wurde. Aber ich glaube, irgendwann ist diese Zuversicht vielleicht dann auch etwas too much gewesen. Vielleicht sogar in Arroganz nach dem Motto, ich überfahre eh jeden und der Knockout wird auf jeden Fall kommen. Aber vielleicht, ne? Auf der anderen Seite, vielleicht stößt du auch irgendwann einfach an die Grenzen, selbst egal wie gut mental du auch bist. Aber wir bleiben jetzt nur bei McGregor gegen McGregor. Ich glaube, dass der Prime McGregor aus dem Federgewicht, selbst mit dem Federgewichtgewicht, also damit wirklich mit 145 Pfund, der würde gewinnen. Der würde vielleicht nicht den Boden wischen, aber der würde gewinnen, weil der einfach mit so einem Selbstverständnis reinkommt, mit so einer breiten Brust und ja, war ein besonderer Lauf, den er hatte im Federgewicht. Hat Spaß gemacht. Rodo ist auch dabei, freut mich sehr. Ist der Creator von dem Intro. Also ohne ihn wäre das nicht das beste Intro auf YouTube. Dana White schenkt dir einen Gutschein. Da du immer positiv über ihn auf deinem Kanal sprichst, ja, aber um fair zu sein, ich spreche ja auch nicht immer schlecht über Dana. Ich kritisiere halt einige Sachen. Du hast ein Tet-a-Tet mit einem x-beliebigen aktiven UFC-Fighter. Wen wählst du aus? Viel Spaß beim Überlegen, falls du das überhaupt musst. Liebe Grüße, dein Intro-Team. Ja, gibt auch hier einige Kandidaten, die ich mir da durchaus rauspicken würde. Wobei ich meine Tendenz doch da klar zu Conor McGregor gehen würde, weil ich glaube, so in so einem Joe Rogan-Kontext mit, ne, man führt ein Interview etwas gechillter, was vielleicht auch ein bisschen länger ist, das hat er lange nicht mehr gemacht. Lange, lange nicht mehr gemacht. Und wenn, dann irgendwie mit Ariel Hervani oder über ESPN, dann wahrscheinlich auch mit vorbereiteten Fragen oder so irgendwas. Also den in so einem langen Podcast-Format zu haben und über einige Sachen so vielleicht mal auch Tacheles zu sprechen. Ich meine, natürlich wäre das für mich was Besonderes, wenn jetzt irgendein UFC-Fighter, geschweige denn einer der größten Stars, wenn die jetzt, ich spinne ja jetzt rum, ne, die setzen sich hier nicht bei mir in den Keller. Aber wenn ich mit denen halt so ein Interview führen würde. Aber ich denke, ich wäre auch, oder ich bin einfach nicht der Typ dafür, bin ich bisher in meinem Leben nicht gewesen, dass ich da jetzt einfach nur 90 Minuten da damit verbringen würde, zu sagen, ha, wie toll du eigentlich bist und klasse, dass du hier bist. Sondern einfach einige Themen natürlich auch da gechillt anzusprechen. Ich würde gerne die Pistole auf die Brust setzen. Warum das? Warum jenes? Warum hier? Aber da einfach über einige Sachen wirklich intensiver zu sprechen. Vielleicht auch mal fernab von diesem ganzen Hypen und wir müssen Kampf-Promo machen. Das wäre, glaube ich, sehr interessant. Ansonsten gibt es aber auch viele andere Kandidaten, wo ich mich freuen würde, ne, wenn ich da irgendwie so ein Interview führen könnte. Also, Shimaev wäre da, glaube ich, ein Kandidat, wenn wir beide vielleicht etwas gebrochenem Englisch uns miteinander unterhalten. Aber natürlich auch Jones, Adesanya, ehemalige Fighter, VKB Nurmagomedov, GSP, Anderson Silva. Da gibt es viele Kandidaten. Bas Rütten wäre mit Sicherheit auch so eine nice Sache, wenn der irgendwie zu so einem Interview zur Verfügung stehen würde. Aber wenn ich mich so jetzt entscheiden müsste, würde ich, glaube ich, wirklich Conor wählen. Einer der größten Megastars der UFC. Und ich würde da gerne so unter der Oberfläche kratzen. So da mal die Promo-Nummer so ein bisschen The Notorious zu Hause lassen und, ja, einfach mal so ein bisschen quatschen. Wird sehr, sehr wahrscheinlich nicht passieren, aber man soll ja die Hoffnung nie aufgeben. Nurik ist als nächster dran. Deine Sprache zur UFC 300 hat mich auf eine Theorie gebracht. Denkst du, dass die UFC extra Dustin gegen Justin gebucht hat und den BMF, damit Conor erst dann bei UFC 300 zurückkehrt und als Main Event da sein kann, ohne dass andere Champs beleidigt sind, einen Nicht-Championship-Fight über sich zu haben. Gerade weil Pori und auch Justin nicht solche Typen sind, die man als BMF bezeichnen würde, im Gegensatz zu Diaz, Strickland und so weiter. An sich macht das für alle Seiten Sinn. Justin und Dustin bekommen einen Titel, also viel Geld und die Chancen auf eine Red Panty Knight. Die UFC kann nochmal Pay-Per-View-Rekorde brechen, wenn Conor im Titelkampf steht. McGregor kann noch einen Titel gewinnen und seine Legacy größer machen als sowieso schon. Die anderen Fighter sind nicht beleidigt, sind McGregor, der dann fast zwei Jahre nicht gekämpft hat. Einfach über denen steht und Champions bekommen sogar auch mehr Geld, weil Conor mehr Pay-Per-Views verkauft und diese trotzdem Prozente abbekommen. Denkst du, dass da etwas dran ist oder denke ich gerade einfach zu weit? Ich glaube nicht, dass die UFC so weit im Voraus plant. Und ich würde grundsätzlich sagen, Pori und Gaethje, die passen für mich sehr gut in dieses Muster, was ich unter dem BMF verstehen würde. Ich würde jetzt unter dem BMF nicht zwangsläufig jemanden verstehen, der vielleicht flucht oder sich irgendwie äußert, sondern BMF im MMA-Kontext ist für mich eigentlich einer, der nach dem Motto kämpft zu jeder Zeit, an jedem Ort, mir scheißegal, wie die Umstände sind, ich kämpfe. Gegen die ärteste Competition, ich spiele keine großen Spielchen. Eigentlich passen da Pori und Gaethje für mich rein, auch vom Kampfstil, weil die halt wirklich häufig mit offenem Visier einfach agieren. Also die passen für mich gut rein. So eine große Planung für UFC 300 glaube ich nicht, dass das die UFC macht. Wobei der BMF-Gürtel auch für viele Fans nach wie vor etwas Fragwürdiges ist, im Vergleich zu einem, ich sag mal, normalen Gürtel in der UFC, inwieweit Conor den wirklich haben will oder da jetzt auch einfach wieder den klassischen Conor-Trash-Talk auf Twitter gemacht hat. Ich kann mir natürlich vorstellen, dass man ihn auf UFC 300 haben möchte als Megastar, aber Conor ist glaube ich wirklich darüber hinaus, dass er einen Titelkampf braucht, um zu verkaufen. Die Fans werden, also wenn man sich nochmal anschaut, habe ich letztens zufällig irgendwo gesehen, die Card von Cowboy und Conor, was da sonst noch für Fights drauf war. Und jetzt keine Respektlosigkeit gegen die Kämpfer, die dort waren, aber da waren jetzt nicht die Namen dabei, dass man sagt, boah, 1,3 Millionen Pay-Per-Views verkauft. Das hatte ausschließlich mit Conor zu tun. Egal, wer da der Gegner gewesen wäre. Da hätte auch ich der Gegner sein können. Also egal, wer der Gegner ist, Conor ist nach wie vor so groß, dass Titel nicht unbedingt eine Rolle spielen und auch Gegner nicht die Rolle spielen, dass er verkauft. Verkauft er mehr, wenn der Gegner jetzt vielleicht Khabib heißt und es geht um Leichtgewichtsgürtel? Ja, natürlich, da werden nochmal mehr Fans angelockt, aber Conor alleine sahen schon gut ab und verkauft, egal gegen wen er kämpft. Das heißt, ich glaube, für seinen Fight bräuchte man nicht mal irgendeinen Gürtel, um es irgendeinem schmackhaft zu machen. Die Gegner wollen sowieso gegen Conor kämpfen, weil man sich davon diese Red Panty Knight verspricht. Conor ist einfach Conor, der steht gerne im Main Event. Natürlich, den Titel macht es nochmal etwas schmackhafter, aber der BMF-Gürtel glaube ich nicht mehr als ein Weltergewichts- oder Leichtgewichtsgürtel. Von daher glaube ich nicht. Also kann natürlich sein, dass du mit der Theorie recht hast. Ich selber sehe nicht so viel Anzeichen dafür. Ich denke, das hat man jetzt einfach kurzfristig gemacht, weil man auch den Titelkampf haben wollte auf dieser Karte. Weil kein anderer zur Verfügung stand, weil alle Champions sonst irgendwo ausgebucht, woanders sind. Man wollte da einfach nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit. Und so richtig gelungen habe ich das Gefühl, ist es nicht. Ist jetzt nicht so, dass überall Social Media brennt, weil wir jetzt diese geile Fightcard bekommen. Wegen dem BMF-Gürtel. Viele freuen sich auf die Karte an sich. Aber ich sage mal, die Gelegenheitsfans wurden jetzt scheinbar von diesem BMF-Gürtel, ich warte mal, ob irgendwelche Verkaufszahlen rausgehauen werden, noch nicht so angelockt. MMA Ruflex, Ruflex, ja. Stell dir eine Frage. Paco mal angenommen, du dürftest mit einem Fighter, auch retired im Ruhestand, einen Tag lang trainieren. Wen würdest du wählen? Bei mir wäre es Fedor oder Kapi. Zwei gute Wahlmöglichkeiten, die du mir da schon gibst. Aber ich glaube, bei mir wäre es GSP. Ich glaube, von GSP kann man unglaublich viel lernen in allen Aspekten des MMA. Mich würde da natürlich noch sehr interessieren, die John Danaher, vielleicht Gordon Ryan da auch irgendwo im Fahrwasser. Aber ich glaube, GSP. Wenn es um reines Training geht, weil GSP auch so viele andere Ansätze hat, mit seinem Training im Wasser, mit Gewichten und der Mann ist einfach mit 40 noch unglaublich fit, macht noch irgendwie ein Salto aus dem Stand und andere Sachen. Also ja, GSP und da hätte ich natürlich ein ganzes Bündel voller Fragen, nicht nur was jetzt Kampfsport angeht, sondern Ernährung angeht, philosophische Fragen in Richtung GSP. Also ich glaube, der hat ziemlich viel zu erzählen, ziemlich viel zu zeigen. Natürlich die anderen in Fedor oder Kapi ebenfalls, die du aufgezählt hast. Aber gut, die Frage ist für mich. Ich würde mich da für GSP entscheiden. Auch ein wahnsinnig sympathischer Typ. Zweite Wahl wäre vielleicht Mighty Mouse einfach, weil da noch im Raum steht, mit dem im Anschluss dann noch entspannt eine Runde zocken zu können. Aber Hand aufs Herz, eigentlich einen wählen müsste, wäre es wahrscheinlich GSP. Eine Frage, die ich reingenommen habe, weil immer mal wieder diese Frage halt gestellt wird und deswegen einmal nur grundsätzlich. AS Crew fragt, bekommst du eigentlich mehr Kohle, wenn wir die Werbung zu Ende schauen oder ist es egal, ob wir sie weiter skippen? Liebe Grüße. Und ich musste das auch mal recherchieren. Ich glaube in der Tat, dass mehr bei mir hängen bleibt, wenn jemand nicht nur die Werbung schaut bis zum Ende, sondern eventuell sogar irgendwie draufklickt. Aber, und es gibt ja immer ein Aber, macht euch darüber bitte nicht allzu große Gedanken. Macht euch nicht allzu große Gedanken, weil ich meine, ich feiere den Support unglaublich, wenn auch Regeln, natürlich sind Kommentare und Likes und Videos zu teilen, natürlich sind die für den Algorithmus wichtig. Natürlich steigern die die Reichweite, sorgen die dafür, dass der Kanal dann größer wird. Je mehr Leute die Videos bis zum Ende schauen, je mehr Leute Like klicken, kommentieren, desto mehr denkt YouTube Pay, das Video scheint vielen Leuten zu gefallen. Wir schlagen es mal ein paar anderen vor, natürlich. Aber macht das nicht zu eurer Hauptaufgabe, Aufgabe in Anführungsstrichen, als Abonnent oder einfach nur als Zuschauer. Deswegen kommt ja bei mir auch nicht irgendwie in jenem Video, bitte subscribt, bitte macht dies, bitte macht jenes. Wer das machen will, also ich glaube einfach daran, wer das machen will, wer diesen Support raushauen möchte, der wird das sowieso machen. Ja, ich verstehe auch irgendwie einige Werbefritzen, dass es cleverer ist, wenn man das immer wieder erwähnt, aber ich will einfach auch keinen damit auf den Sack gehen. Genießt einfach die Videos. Schaut die euch an. Wer supporten möchte, ob bei Patreon, ob irgendwie über YouTube, ob mit einem Kommentar, mit einem Like, was auch immer, der kann das gerne machen und das ist natürlich mega, ich weiß das sehr zu schätzen, wenn das jemand macht, aber ich will da nicht permanent dran erinnern und fühlt euch nicht jetzt irgendwie verpflichtet, jetzt eine Werbung bis zum Ende anzugucken oder auf irgendwas drauf zu klicken, genauso wie ich habe auch Let's Fight Hoodies. Wer Bock auf ein Hoodie hat von Let's Fight, der kann sich gerne einen holen. Keiner sollte sich aber zu irgendwas verpflichtet fühlen. Ich mache diesen Content in allererster Linie gerne, weil ich irgendwie jeden Abend gerne über MMA quatschen möchte. Natürlich ist es toll, wenn da auch ein bisschen was rumkommt am Ende des Tages, aber macht das nicht zu eurer Hauptsorge. Ihr sollt die Videos genießen, weil wenn immer mehr Leute die Videos genießen, ist der Rest auch ein Selbstläufer. Das kommt von alleine. Ich bin davon überzeugt, wenn du was machst, was dir Spaß macht und du machst das gut und stehst komplett dahinter und es gefällt Leuten, wird Erfolg oder Geld, das wird sich alles im Anschluss automatisch einstellen. Darüber muss man sich gar keine Gedanken machen. Ich glaube sogar, es ist kontraproduktiv, wenn man immer nur darauf hinweist, hey, du hast schon geliked, hast du schon ein Abo dagelassen, hast du das schon gemacht, du müsst auch auf Patreon kommen und hier solltet ihr nicht vergessen und kauft doch mal Merchandise und seid ja keine richtigen Supporter, alles Bullshit. Genießt die Videos, das ist im Endeffekt erstmal der beste Support, den ihr mir geben könnt, wenn euch die Videos wirklich gefallen, alles andere kommt mit der Zeit. Und die letzte Frage im Video, und das ist auch die Titelfrage, habe ich nicht so geplant, aber ich fand das als Titel halt sehr interessant, dafür habe ich ja auch das Inhaltsverzeichnis, vom Vladi. Wie fändest du es, wenn deine Kinder MMA trainieren, aber auch an Turnieren teilnehmen würden? Vielleicht irgendwann in der UFC wären stolz, Angst, etwas anderes. Also meine Kinder, und das schließe ich natürlich nicht nur meine Jungs, sondern auch mein Mädel mit ein, die haben jetzt begonnen mit dem MMA-Training. So der Älteste, der ist 8, der Mittlere, der ist 6 aktuell und die Jüngste ist halt noch 3. So ab 4 kann man da einsteigen, hier bei uns in der Nähe und das heißt mit 4 wird auch Madame dann da ihre Kampfsport-Erfahrungen sammeln. Ja, der Älteste, der hat woanders schon, der hat reines Kung-Fu, hat er schon gemacht jetzt eine Zeit lang, aber da war er jetzt nicht mehr so 100%, weil da auch ein Kumpel dann nicht mehr, ist ja häufig so, Kinder brauchen häufig irgendwie die Motivation, ein Kumpel geht auch noch mit, dann macht es das ein bisschen einfacher, weil ich jetzt selber auch wieder deutlich aktiver angefangen habe zu trainieren, auch im selben Kampfsport-Club, macht es das dann doch auch für meine Kids leichter, weil ich dann da auch irgendwo immer vor Ort bin. Deswegen feiere ich sehr, dass die da auch Spaß dran haben. Ich würde die jetzt nicht zwingen, wenn die gar keinen Spaß dran haben. Ich würde natürlich immer wieder darauf hinweisen, diese positiven Aspekte, die Kampfsport-Training einfach mit sich bringt und mir ist da natürlich in allererster Linie wichtig, die sollen lernen, sich zu verteidigen. Ich glaube, dass du da ein gutes Körperbewusstsein entwickelst, dass du auch ein gutes Bewusstsein für gesunde Ernährung entwickelst, dass du nicht irgendwie rauchen, trinken irgendwie im Übermaß. Ich will keinem seinen Genuss irgendwie verweigern, aber dass du einfach auf deinen Körper Acht geben solltest. Wenn du ein gutes Kampfsport-Gym hast, lernst du respektvoll zu sein anderen Menschen gegenüber. Du lernst Kameradschaft, Brüderlichkeit, wie auch immer wir das beschreiben wollen, in so einer Truppe, dass der eine für den anderen da ist. Wenn du kein Arsch bist, hilfst du natürlich auch welchen, die vielleicht nicht so weit sind wie du, sowie welche, die über dir sind, dir auch weiterhelfen. Das ist für mich so ein Begriff von so einer Kameradschaft, dass man sich einfach gegenseitig aushilft. Und das sind für mich so zentrale Aspekte vom Kampfsport, dass du auch eine gewisse Demut lernst, weil jeder, der da hinkommt, denkt erstmal, ich bin Mohammed, Bruce Lee, der Härteste aller Zeiten. Dann machst du Kampfsporttraining mit welchen, die halt schon länger dabei sind und lernst, nee, bist du nicht. Das ist so eine sehr demütige Erfahrung, die du erstmal hast. Jeder denkt erstmal grundsätzlich, ein bisschen kämpfen kann ich. Und da lernst du relativ schnell, du kannst noch nichts. Aber es kommt, wenn du halt regelmäßig hier mit dabei bist und dir Mühe gibst. Das wünsche ich mir erstmal grundsätzlich für meine Kinder, dass sie das machen. Die sollen, machen was die im Leben später glücklich macht. Die sind auch nicht da, um mich glücklich zu machen. Die sollen ihr Ding durchziehen. Die sollen für sich glücklich werden und ihre Entscheidungen treffen. Ich hoffe, dass ich denen damit aber so ein bisschen was mit auf den Weg geben kann, was es ihnen leichter macht, dass die halt sich verteidigen können und dass die auch irgendwo eingreifen können, wenn mal Unrecht besteht. Die Zeiten werden immer verrückter, die Zeiten werden immer turbulenter, wenn ich mir die Nachrichten jeden Tag angucke. Ich glaube, sich selbst zu verteidigen und die, die man lieb hat, das wird immer wichtiger werden, auch in Zukunft. Ob das jetzt in der UFC-Kampfsportkarriere enden wird, mir eigentlich wurscht, wenn die da Bock drauf haben. Natürlich zerreißt es dich dann irgendwo als Elternteil, wenn du deine Kinder siehst, wie die da Schaden einstecken, wie die da ausgenockt, ausgechockt werden, verletzt werden, wie die hinten liegen, wie die kein Mittel finden, um irgendwie weiter nach vorne zu kommen. Natürlich tut das irgendwo weh, aber es gehört auch dazu, dass die einfach erwachsen werden, dass die lernen, solche Hindernisse auch zu überwinden. Das finde ich jetzt auch eine sehr, sehr wichtige Lektion. Von daher, klar, wenn die das machen, stehe ich hinter denen. Wahnsinnig freuen würde ich mich vielleicht jetzt nicht, weil es einfach auch ein sehr gesundheitsgefährdender Sport ist. Machen wir uns nichts vor. Natürlich schaue ich mir das gerne an und ich weiß auch zu schätzen, was für ein Opfer die ganzen Athleten bringen. Aber will man jetzt auch unbedingt, dass die eigenen Kinder vielleicht, nehmen wir mal an, da hat einer den Just-Engage-Kampf-Stil und fängt dann auch irgendwann an, mit Ende 30 die Wörter etwas in die Länge zu ziehen. Willst du natürlich, will ich natürlich nicht für meine Kinder. Wenn die ihre Entscheidung treffen, treffen die ihre Entscheidung. Dann ist das so. Dann kann ich auch nichts dagegen machen, außer die zu supporten. Aber vielleicht ist so ein etwas ruhigerer Job, wie der alte Herr den hat, als Arbeitsvermittler dann doch ein bisschen Gesundheitsfördern da. Aber wenn die diese Karriere einschlagen wollen, werden die die eh einschlagen. Und ja, dann kann ich die als Papa einfach auch zu 100% unterstützen und supporten. Also hätte ich kein Problem mit. Natürlich ein bisschen Sorge auch, dass da gesundheitlich irgendwas schief gehen kann. Wenn die dann World Champions werden, werde ich natürlich sagen, alles meint verdient zu werden. Nein, Quatsch. Ja, die gehen ihren Weg. Ich werde die supporten, egal in welche Richtung die gehen und hoffe einfach, dass alles gut ausgeht am Ende des Tages. So, genug Blabla jetzt für Frag Let's Fight. Vielen Dank fürs Einschalten. Passt auf, bis demnächst. Und let's fight.